Die Molekülorbitaltheorie ist neben der Valenzstrukturtheorie eine von zwei komplementären Möglichkeiten, die Elektronenstruktur von Molekülen zu beschreiben. Beim Mo-Verfahren werden die Atomorbitale aller Atome vermischt und spalten sich dabei in bindende und antibindende, über das Molekül delokalisierte Molekülorbitale auf. Das Verfahren wurde von Friedrich Hund und Robert S. Moly-Un entwickelt und wird heute für die meisten quantenchemischen Rechnungen verwendet. Physikalische Erklärung Eine Elektronenwellenfunktion hat, wenn der Spin nicht beachtet wird, die allgemeine Form. Das Produkt mit der komplex konjugierten Funktion ist reell und gibt die Wahrscheinlichkeitsdichte wieder, das erste Elektronen an der Stelle, das 2Te an der Stelle USW, zu finden. Die exakte Wellenfunktion lässt sich analytisch nicht finden. Eine zielführende Vereinfachung ist es die Elektronen als stochastisch unabhängig anzusehen. Mathematisch bedeutet das, einen Produktansatz zu verwenden. Dieser Ansatz ist auch als H3-Produkt bekannt. Die geben die Aufenthaltsbereiche für die einzelnen Elektronen an. Sie werden als Molekülorbitale bezeichnet. Um das Pauli-Prinzip einzuhalten, wird die Wellenfunktion als Slater-Determinante angesetzt. Dann sind die Elektronen ununterscheidbar und wechseln zwischen allen Orbitalen. Dabei ist gewährleistet, dass die Wellenfunktion antisymmetrisch unter Vertauschung zweier Elektronen ist, wie es für Fermionen gelten muss. Abgesehen davon, dass Mohr-Schemata im Allgemeinen nicht die wahre Situation wiedergeben können ist zu beachten, dass sie in der Mohr-Theorie nicht eindeutig bestimmt sind. Entscheidend ist nur die Summe über alle quadrierten Orbitale, die Elektronendichte. Mathematisch gesprochen ist die Wellenfunktion gegenüber einer unitären Lineartransformation in Variant. Ein Beispiel dazu sind die beiden angegebenen Modelle zur Beschreibung der Doppelbindung. Mathematische Grundlagen Gesucht werden Lösungen der Schrödinger Gleichung eines Moleküls. Die Rechnungen sind aber wesentlich schwieriger auszuführen als bei einem isolierten Atom. Im Normalfall, wenn mehr als ein Elektron betrachtet wird, gibt es im Sinne eines Dreikörperproblems keine analytisch angebbaren exakten Lösungen. Daher müssen Näherungsmethoden herangezogen werden. Dafür eignen sich das VB- und das Mohr-Verfahren, die zu ähnlichen Ergebnissen führen. Wichtig ist die Born-Oppenheimer-Näherung, nach der die Elektronen- und Kernbewegung isoliert betrachtet werden können. Weil sich die Elektronen im Vergleich zum Kern viel schneller bewegen, somit können Elektronenverteilung und Schwingung getrennt behandelt werden. Zur Näherungsweisenbestimmung der Molekülorbitale dient das Rayleigh-Ritz-Prinzip. Das besagt, dass, wenn man mit einer beliebigen Funktion den Erwartungswert des Hamilton-Operators bildet, der Erwartungswert größer gleich dem Erwartungswert der Eigenfunktion des Hamilton-Operators mit dem geringsten Eigenwert ist. Man muss also in einer Extremwertaufgabe die Funktion mit dem tiefsten Energieerwartungswert auswählen. Diese ist dann wahrscheinlich die beste Näherung. Einfach einen vollständigen Satz von Basisfunktionen auszuwählen. Den Erwartungswert für eine allgemeine lineare Kombination dieser zu bilden und anschließend den Erwartungswert zu minimieren ist eine zu komplizierte Aufgabe. Man reduziert zur Vereinfachung des Problems das nach Born-Oppenheimer Näherung erhaltene Merelektronenproblem auf ein Ein-Elektronenproblem. Eine Möglichkeit hierfür ist die Hartree-Fox-Self-Consistent-Field-Methode, die, da es sich um ein nicht-lineares Problem handelt, iterativ gelöst werden muss. Die Lösungen dieser Gleichung sind Ein-Elektronenwellen-Funktionen, sogenannte Orbitale. Das Prinzip ist, dass auf jedes Elektron das gemittelte Potenzial aller anderen Elektronen wirkt. Die anderen Elektronen wiederum befinden sich in den Orbitalen, die die Hartree-Fox-Gleichung beschreibt, weshalb man die Methode auch Self-Consistent-Field-Methode nennt. Mohr-Verfahren Das Mohr-Verfahren nach Friedrich Hund und Robert Sanderson-Maliken ordnet alle Elektronen des Moleküls einem Satz Molekül-Orbitalen zu. Die Veranschaulichung erfolgt durch Elektronenwolken, die meist über das gesamte Molekül delokalisiert sind. Molekül-Orbitale können als Linearkombinationen zu einer endlichen Basis angesetzt werden. Dann werden in einem erweiterten Eigenwertproblem die Molekül-Orbitale bestimmt. Als Basis können, wie von Leonard Jones vorgeschlagen, die Atomorbitale der isolierten Atome im Sinne der LCAO-Näherung verwendet werden. Grundsätzlich könnten beliebige Funktionen als Basis herangezogen werden. Gute Lösungen mit wenig Rechenaufwand werden erhalten, wenn physikalisch sinnvolle Funktionen verwendet werden. Dafür eignen sich, wie Leonard Jones als erster feststellte, die Atomorbitale, die in isolierten Atomen die Elektronen richtig beschreiben. Man spricht dann von LCAO. Zur Verbesserung können auch die Atomorbitale variiert oder weitere Funktionen in den Basissatz eingeschlossen werden. Das Mo-Verfahren kann bei kleinen symmetrischen Molekülen intuitiv verstanden werden. Aus Symmetriegründen ergeben sich die Molekül-Orbitale aus Addition bzw. Subtraktion der Atomorbitale. Bei komplizierteren Molekülen setzen sich die Molekül-Orbitale als Linearkombination von verschiedenen Atomorbitalen zusammen. Genau genommen wechselwirken auch schon in der zweiten Periode die 2s und 2pz-Orbitale, sodass auch schon dort kompliziertere Linearkombinationen erhalten würden. Bei konjugierten Pi-Systemen stellt die Hückel-Näherung eine Methode zur groben Bestimmung von MOS dar. Ein grundsätzlicher Fehler dieser Methode ist, dass die Elektronen als statistisch unabhängig voneinander gesehen werden. Viel aufwendigere korrelierte Rechnungen, A-C-I, beachten auch die Elektronenkorrelation. Qualitative LC-AOMO-Diagramme können auch ohne Rechnung gezeichnet werden. Zu beachten ist, dass bei der Linearkombination 2-AOS ein bindendes Mo mit tieferer Energie als das tiefer liegende AO und ein antibindendes Mo mit höher liegender Energie als das höher liegende AO gebildet werden. Die Aufspaltung wird in erster Näherung von der Überlappung bestimmt. So kann man Zb vorhersagen, dass eine Sigma-Bindung stärker aufspaltet als eine Pi-Bindung. Sigma-Bindung Als Sigma-Bindung wird eine Bindung bezeichnet, die Rotation symmetrisch zur Bindung Sachse ist. Anders ausgedrückt werden Orbitale mit der magnetischen Quantenzahl ml ist gleich 0 kombiniert. Hsp-Dz2-Orbitale und Mischungen aus diesen Hybrid-Orbitale werden für gewöhnlich unabhängig von der Hybridisierung als Co-Orbitale bezeichnet. Beispiele Das Wasserstoffmolekül orbital entsteht durch Überlappung der 1-Orbitale der Wasserstoffatome. Die kleinen Kreise entsprechen dem Bindungsabstand, die großen Kreise dem Atomradius. Im Wassermolekül verbinden sich die 1-Orbitale von zwei Wasserstoffatomen mit je einem sp3-Hybrid-Orbital des Sauerstoffatoms zu zwei Sigma-Bindungen. Die vier Orbitale der bindenden und nicht bindenden Elektronenpaare sind nach den Ecken eines Tetraeders ausgerichtet. Die rot eingezeichneten Elektronenpaare befinden sich in den Atomorbitalen und die grauen Elektronenpaare in den Molekülorbitalen. Im Fluorwasserstoff verbindet sich das kugelige 1s-Orbital des Wasserstoffatoms mit dem hantelförmigen px-Orbital des Fluoratoms zu einem Molekülorbital mit ungleichen Orbitalhälften. Im Etin verbinden sich zwei sp-Hybrid-Orbitale der Kohlenstoffatome zu einem Molekülorbital. Die anderen Hybrid-Orbitale bilden mit den 1s-Orbitalen der Wasserstoffatome ebenfalls je ein Molekülorbital. Die py- und pz-Orbitale der c-Atome, die nicht zur Hybridisierung der Atomorbitale benutzt wurden, stehen senkrecht zur Bindung Sachse und bilden zwei π-Bindungen. Punkt. Das Molekülorbital der Doppelbindung Es ist spiegelsymmetrisch bezüglich der Bindung Sachse. Drei Hybrid-Orbitale weisen in die Ecken eines gleichseitigen Dreiecks senkrecht. Dazu steht das pz-Orbital, das nicht für die Hybridisierung verwendet wurde. Die sigma-Bindung entsteht durch Überlappung zweier Hybrid-Orbitale. Die pi-Bindung entsteht durch Überlappung der zwei pz-Orbitale. Da beide pz-Orbitale parallel zueinander stehen müssen, entsteht ein neues Molekülorbital mit einer Knotenebene. Das pi-Molekülorbital wird durch Kombination von Orbitalen mit ml ist gleich 1 gebildet. Es enthält eine Knotenebene in der Kernachse. Beispiel eten. Die beiden Hälften des pi-Molekülorbitals liegen ober- und unterhalb der Ebene der Sigma-Bindungen. Beispiel etin. Die Bindungssituation im etin, das eine Dreifach-Bindung enthält, setzt sich aus einer Bindung, die zwischen der Kernverbindungsachse lokalisiert ist und zwei Bindungen zusammen. DAU-Modell Eine selten angewandte Methode zur Beschreibung von Doppelbindungen ist das DAU-Modell. S- und p-Orbitale werden zuerst gemischt und aus den beiden Hybrid-Orbitalen die Doppelbindung zusammengesetzt. Die DAU-Bindungen entstehen durch Überlappung von jeweils zwei Hybrid-Orbitalen. Es bilden sich zwei spiegelbildliche Molekülorbitale. Es zeigt sich, dass das DAU-Modell Bindungswinkel und Längen passend wiedergibt. Die Unterscheidung ist nur in der VB-Theorie sinnvoll. Bei einer LCAO-Methode gehen die beiden Modelle ineinander über, da in beiden Fällen in der Summe die gleiche Elektronendichte erhalten wird. Diese ist das einzig Relevante. Delokalisation Delokalisation tritt dann auf, wenn ein Molekül mehrere Doppelbindungen enthält, die konjugiert sind. Das heißt, dass zwischen ihnen immer genau eine Einfachbindung ist. Dazu müssen alle PZ-Orbitale zueinander parallel und in direkter Nachbarschaft stehen. Dann können alle PZ-Orbitale zu einem einzigen Molekülorbital kombiniert werden, was quantenmechanisch bewiesen werden kann. Beispiele in chemischen Verbindungen Wasserstoff Die zur Bindung notwendigen vereinzelten Elektronen befinden sich jeweils im 1s-Orbital der beiden Atome H und Hb, das durch die Eigenfunktionen PZ-A und PZ-B beschrieben wird. Die Addition der Wellenfunktionen PZ-A plus PZ-B ergibt ein Rotationsymmetrisches bindendes Molekülorbital mit erhöhter Ladungsdichte zwischen den Kernen der Bindungspartner. Durch die Anziehung der Kerne durch die Ladung hält das Molekül zusammen. Die Subtraktion der Wellenfunktionen PZ-A minus PZ-B ergibt ein antibindendes Molekülorbital mit einer Knotenebene zwischen den Kernen der Bindungspartner. Durch die resultierende geringe Elektronendichte zwischen den Kernen kommt es zu einer Abstoßung der Atome. Die Molekülorbitale können mit maximal zwei Elektronen entgegengesetzten Spins besetzt werden. Da jedes Wasserstoffatom jeweils ein Elektron zur Verfügung stellt, wird das bindende Molekülorbital im energieärmsten Grundzustand mit einem Elektronenpaar besetzt, während das antibindende leer bleibt. Ein anderes Beispiel ist Helium. Hier ist jedes 1s-Orbital bereits mit einem Elektronenpaar besetzt. Bei der Kombination dieser Atomorbitale müsste sowohl das bindende als auch das antibindende Molekülorbital mit je einem Elektronenpaar besetzt werden. Ihre Wirkungen würden sich gegenseitig aufheben. Es kommt keine Bindung zustande. Sauerstoffe Das LCAOMO-Schema kann wie oben beschrieben qualitativ abgeleitet werden. Jedes Sauerstoffatom hat im Grundzustand sechs Valenzelektronen auf dem zweiten Hauptenergieniveau. Die zwölf Valenzelektronen eines O2-Sauerstoffmoleküls werden auf die vier bindenden und drei der vier antibindenden Molekülorbitale verteilt. Da zwei antibindende Orbitale mit nur einem Elektron besetzt sind, resultiert eine Doppelbindung. Die Sauerstoff hat im Grundzustand einem Triplitzustand gemäß der Hunzenregel zwei ungepaarte Elektronen parallelen Spins. Durch diese Elektronenverteilung lässt sich der Paramagnetismus und der diradikalische Charakter des Sauerstoffs erklären. Interessanterweise senkt er diradikal Charakter die Reaktionsfähigkeit, da eine konzertierte Reaktion des Spinnerhaltung widersprechen würde. Besonders reaktionsfähig ist der angeregte Singulett Sauerstoff. Eine weitere Folge der Mo-Besetzung ist, dass es für O2 schwierig ist, eine korrekte Lewis-Formel anzugeben. Entweder wird er diradikal Charakter vernachlässigt oder die Doppelbindung. 1,3 Butadien Das Pi-System des Butadins setzt sich zusammen aus vier Pz-Orbitalen, die am Anfang mit je einem Elektron besetzt sind. Diese vier Atomorbitale werden nun zu vier Molekülorbitalen linear kombiniert. Die Koeffizienten erhält man durch Variation der Minimierung der Energie mit dem Ray-Liritz-Prinzip Z, B, mit der Hückel- oder der H-Trifog-Methode oder durch Symmetrie-adaptierte Linearkombination. Dabei entstehen die rechts gezeichneten Orbitale. Die rot-blaue Färbung gibt an, ob das Orbital vor dem Quadrieren ein negatives oder positives Vorzeichen hatte. Physikalisch hat sie keine Relevanz. Jedes dieser Orbitale kann mit zwei Elektronen besetzt werden. Es werden also die beiden unteren Orbitale voll aufgefüllt und die beiden oberen bleiben leer. Energetisch besonders günstig ist das Orbital, bei dem die Koeffizienten der Pz-Orbitale das gleiche Vorzeichen haben und sich daher die Elektronen fast frei über das ganze Molekül bewegen können. Man erkennt die von Saug geforderte Eigenschaft, dass in jedem Molekülorbital alle Symmetrie-Elemente des Moleküls erhalten bleiben. Weiterhin sieht man, wie mit zunehmender Energie die Anzahl an Knoten-Nebenen steigt. Bindungsordnung Die Bindungsordnung bezeichnet die Zahl der effektiven Bindungen zwischen zwei Atomen. Sie ist die Hälfte der Differenz der Zahl der bindenden und der antibindenden Valenz-Elektronen. Wenn keine Mesomerie auftritt, die H, nur in einfachen Fällen ist sie gleich der Anzahl der Bindungsstriche der Levis-Schreibweise der Verbindung. Siehe auch, Konjugation, Mesomerie, Aromaten, Bindungsordnung, Holstein-Hering-Methode.